Jack, herzlichen Glückwunsch! Was für ein Spiel! 27 Punkte, so viel wie du noch nie in deiner Karriere in der ProA. Ja, das war ein sehr, sehr gutes Spiel und eine sehr gute zweite Halbzeit. Nach der Niederlage Freitag war es wichtig, dass wir besser spielen können. Wir wissen, dass wir das machen können und wir müssen nur besser spielen. Hat der Coach in euch ein bisschen auch gerade die Inside-Spieler, weil da kam gar nichts am Freitag, wenn ich ehrlich bin. Hat er euch ein bisschen an die Ehre gepackt? Ja, diese Mannschaft ist ein bisschen kleiner und junger und es ist ein bisschen einfacher, Inside zu spielen. Aber wir müssen es einfach machen. Wie wichtig war dieser Siegheit und auch die Art und Weise für euch, gerade nach vorgestern? Wir brauchten es wirklich, um zurück auf den Weg zu kommen. Das war wahrscheinlich unsere schlimmste Leistung des Jahres. Es fühlte schlecht, als Team fühlte schlecht. Also, um uns auf den richtigen Weg zu kommen und von unseren Fans zu kommen, war sehr wichtig. Viel Glück für den nächsten Mal. Danke. Vielen Dank so much. Ciao.